Betrifft Geschichte Diese Woche aus Anlass des 100. Geburtstages. Herschel-Grün-Spahn. Ein Attentat und wie es die Nationalsozialisten zu instrumentalisieren wussten. Heute über sein Leben in Deutschland. Berichtet von Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher. Wenn man über Herschel-Grün-Spahn erzählt, bleiben immer Fragezeichen, Leerstellen und Unsicherheiten. Und diese beginnen schon bei seinem Namen. Er selbst nannte sich in persönlichen Dokumenten immer mit der deutschen Namensform Hermann. Die Abschiedskarte, die er vor dem Attentat an seine Eltern schrieb, ist ebenso mit Hermann unterzeichnet wie das erste Vernehmungsprotokoll danach. Ähnlich verhält es sich mit Grün-Spahn. Die Eltern schrieben bei ihrer Einwanderung nach Deutschland ihren Namen noch polnisch. In vielen Quellen wird er aber bereits Deutsch, also Grün-Spahn, geschrieben. Es stellt sich also die Frage, inwieweit die Verwendung des jüdischen bzw. polnischen Namens nicht auf eine bewusste Fremdfärbung durch die Nationalsozialisten zurückgeht. Herschel hat sich als Vorname durchgesetzt, weshalb auch wir hauptsächlich diese Namensform gegenüber der Deutschen verwenden. Die deutsche Form des Familiennamens Grün-Spahn wird hingegen bei vielen Gedenkprojekten, so auch beim Stolperstein für Herschel-Grün-Spahn in Hannover verwendet. Als Herschel 1921 in Hannover geboren wurde, war er ein neuer Bürger einer ebenso neuen Republik, die zwar erschöpft vom Ersten Weltkrieg, aber dennoch voller Hoffnung in eine demokratische Zukunft schaute. Und als er nun 15-Jährig im Juli 1936 Deutschland verließ, war diese Republik bereits Geschichte. Dieses Deutschland war seit drei Jahren eine Diktatur geworden, in der es, und so viel war dem wachen Jugendlichen klar, für Juden keine Zukunft gab. Die Grün-Spahns waren Zuwanderer aus dem sogenannten Weichselland, der westlichsten Provinz des russischen Zahnreiches, die nach dem Ersten Weltkrieg wieder Polen zugeschlagen wurde. So erhielten sie 1919 die polnische Staatsangehörigkeit, obwohl sie bereits acht Jahre in Deutschland lebten. Sendl und Rifka Grün-Spahn, geborene Silberberg, verloren vier von sieben Kindern. Vater Sendl führte einige Jahre lang eine Schneiderwerkstatt in der Nähe ihrer Wohnung in der Innenstadt von Hannover. Mit der Wirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre verlor er aber viele Kunden und schlussendlich auch das eigene Geschäft. Die Familie verarmte. Herzl war ein kleiner, schmächtiger Junge, der als gerechtigkeitsliebend, religiös, aber auch als impulsiv beschrieben wurde. Während er die Schule besuchte, wurde Deutschland zum Schauplatz politischer Umbrüche. Eine Welle antisemitischer Gewaltübergriffe, ausgeführt von der Parteibasis, vor allem der SA, und geduldet von der NS-Führung, bestimmte seit Anfang 1933 den Alltag der jüdischen Bevölkerung Deutschlands. Nach Abbruch der öffentlichen Schule besuchte Herzl auf Vermittlung seines Rabbiners eine Jeschiva, eine rabbinische Lehranstalt in Frankfurt. Bei allem Interesse am Unterricht brach er die Ausbildung aber nach einem Jahr wieder ab. Erneut stand er ohne Perspektiven da. Wie viele andere Jüdinnen und Juden ohne Zukunftshoffnung, träumte Herzl von einer Auswanderung nach Palästina. Mit seinen 15 Jahren war Herzl allerdings noch zu jung, weshalb er sich Mitte 1936 entschloss, nach Brüssel zu gehen. In der belgischen Hauptstadt lebte Wolf Grinspan, ein Bruder seines Vaters. Dort wollte Herzl auf das Visum zur Einreise nach Palästina, das er erst mit 16 erhalten konnte, warten. Ein Wunsch, der nicht in Erfüllung gehen sollte. Herschel Grünspahn. Sie hörten Teil 1 seiner Reihe anlässlich seines 100. Geburtstages. Es berichteten Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher, Leiter vom Queen-Zentrum für queere Geschichte. Betrifft Geschichte Diese Woche aus Anlass des 100. Geburtstages. Herschel Grünspahn. Ein Attentat und wie es die Nationalsozialisten zu instrumentalisieren wussten. Heute prekäres Leben in der Emigration. Berichtet von Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher. Herschel Grünspahns Reise zu seinem Onkel Wolf nach Brüssel wurde von den belgischen Behörden unter Auflagen genehmigt. Für einen polnischen Staatsbürger mit polnischem Pass erlaubten sie eine Einreise nur unter der Auflage, dass Herschel ein deutsches Wiedereinreisevisum vorlegen konnte. Dieses erhielt er auch, ausgestellt bis zum 1. April 1937. Mitte Juli 1936 in Brüssel angekommen, war der Empfang allerdings eher kühl, als sein Onkel merkte, dass sein Neffe praktisch mittellos mit nur 10 Reichsmark in der Tasche gekommen war. Wolf Grünspahn nahm seinen Neffen nicht einmal bei sich auf. Herschel musste sich eine Unterkunft suchen, was bei seinen beschränkten Finanzen nicht einfach war. Da er ohne Unterstützung nicht in Brüssel bleiben konnte, entschloss er sich bei einem weiteren Onkel, bei Albert Abraham Grünspahn, der in Paris ein Geschäft für Damenkonfektion betrieb, Zuflucht zu suchen. Da er kein Visum für Frankreich bekommen konnte, erfolgte der Grenzübertritt im August 1936 illegal. Im Gegensatz zur Brüsseler Verwandtschaft erklärte sich sein Onkel Albert allerdings bereit, den unsteten Jugendlichen aufzunehmen, obwohl er damit selbst ein hohes Risiko einging. Er unterstützte seinen Neffen dabei, den Aufenthalt in Frankreich zu legalisieren. Während Herschel im Februar 1937 eine vorläufige Aufenthaltsgenehmigung in Frankreich erhielt, verfiel am 1. April desselben Jahres der Sichtvermerk in seinem Pass, der ihm eine Wiedereinreise nach Deutschland ermöglicht hätte. Herschel saß in Paris fest. Währenddessen verdiente er sich bei seinem Onkel mit Botengängen und Hilfsdiensten etwas Geld und begann gemeinsam mit einem ebenfalls aus Deutschland stammenden Freund, Nathan Kaufmann, das Pariser Nachtleben zu erkunden. Sie besuchten Sport- und Tanzveranstaltungen und verkehrten auch in Lokalen wie dem Eldorado und dem Tout va bien am Boulevard Saint-Denis, die als Treffpunkte homosexueller Männer bekannt waren. Ob Kaufmann oder Grünspann selbst gleichgeschlechtliche Erfahrungen hatten oder sie sogar als Stricher gearbeitet haben, wie die französische Polizei in einem Protokoll behauptete, ist nicht belegbar. In den Pariser homosexuellen Lokalen verkehrten auch Deutsche und unter ihnen nationalsozialistische Funktionäre aus dem Deutschen Diplomatischen Dienst. Auch der deutsche Botschaftsmitarbeiter Ernst vom Rat, Ende 20, besuchte diese Szene. Ihn wird der 17-jährige Herschel Grünspann am 7. November 1918 erschießen und damit eine deutschlandweite Katastrophe herbeiführen. Im Laufe der letzten Monate war Herschel Grünspann jedenfalls zunehmend unter Druck geraten. Im August 1938 wurde ihm vom französischen Innenministerium mitgeteilt, dass seinem Antrag auf eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung nicht stattgegeben wurde. Er wurde aufgefordert, Frankreich zu verlassen. Aber wo sollte er denn hin? Da er kein Rückkehrrecht nach Deutschland mehr hatte, konnte er nicht zu seinen Eltern und Geschwistern. Er war nun illegal im Land und konnte jederzeit nach Polen ausgewiesen werden. Sein Onkel Abraham setzte ihn trotzdem nicht vor die Tür. Er sollte dafür später von einem französischen Gericht zu sechs Monaten Haft verurteilt werden. Im Zuge der Deportation französischer Jüdinnen und Juden wurde er später in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau verschleppt und dort ermordet. Als Herschel Anfang November eine Postkarte seiner Schwester Bertha erhielt, in dem sie ihm berichtete, dass die Familie im Zuge der sogenannten Polenaktion aus Deutschland ausgewiesen worden war, verlor er endgültig den Boden unter den Füßen. Ein Attentat und wie es die Nationalsozialisten zu instrumentalisieren wussten. Sie hörten Teil 2 einer Reihe anlässlich des 100. Geburtstages von Herschel-Grün-Spahn. Betrifft Geschichte Diese Woche aus Anlass des 100. Geburtstages. Herschel-Grün-Spahn. Ein Attentat und wie es die Nationalsozialisten zu instrumentalisieren wussten. Heute unmittelbar vor dem Attentat. Berichtet von Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher. Ohne jede Ankündigung aus heiterem Himmel wurden am 28. Oktober 1938 deutschlandweit etwa 17.000 Jüdinnen und Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit verhaftet und kurz darauf mit Sonderzügen der Deutschen Bahn an die deutsch-polnische Grenze gebracht. Ihres Besitzes beraubt, bei Nacht und Nebel verhaftet und verschleppt, mussten die Deportierten die Grenze zu Fuß überqueren. Aber auch die Polen wollten die Vertriebenen nicht aufnehmen und so fristeten diese zunächst ihr Dasein in einem spontan errichteten Lager. Notdürftig versorgt durch das polnische Rote Kreuz. Dieser Polenaktion, genannte Gewaltakt, der zu einem großen Teil Familien traf, die schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebten, änderte auch das ganze bisherige Leben von Sendl und Rivka Grünspahn sowie von Hermanns Schwester Bertha schlagartig. Auch sie wurden völlig willkürlich von der Sicherheitspolizei verhaftet, unmittelbar auf ein Polizeirevier und im Anschluss zu einem in der Nachbarschaft gelegenen Gasthaus gebracht. Dort erhielten sie einen Ausreisebefehl und wurden ohne Habe und ohne Geld nach Polen verschleppt. Was sollte Herschel Grünspahn nun tun? Voller Wut über die Entrechtung und Ausweisung seiner Familie in Deutschland fasste Herschel Grünspahn den Entschluss, auf die nationalsozialistische Judenpolitik mit einem politischen Attentat zu antworten. Er beschloss, einen deutschen Diplomaten zu erschießen, um ein auf der ganzen Welt beachtetes Zeichen gegen Hitler zu setzen. Am nächsten Tag würde er in die deutsche Botschaft eindringen und seinen Plan verwirklichen. Sein Opfer war der 29-jährige Ernst vom Rat aus Frankfurt am Main. Ernst vom Rat war ein aufstrebender Mitarbeiter des deutschen diplomatischen Dienstes. Er begann seine diplomatische Karriere als persönlicher Sekretär seines Onkels, der Botschafter in Paris war. Nach dessen Tod und dem Abschluss der diplomatischen Ausbildung wurde er im Generalskonsulat in Kalkutta eingesetzt. Im März 1938 musste er wegen einer von ihm behaupteten Amöbenruhe Indien verlassen und sich in Deutschland einer Behandlung unterziehen. Laut eidesstattlicher Erklärung seiner Ärzte litt er aber unter Analgonorö, einer damals unter homosexuellen Männern weit verbreiteten Krankheit. Er hielt es offenbar für zu riskant, diese Infektion von einem ihm bekannten Arzt behandeln zu lassen. Geheim suchte er daher jüdische Ärzte in Berlin auf, die als Ärzte schon nicht mehr praktizieren durften, sondern nur noch unter dem Namen jüdische Krankenbehandler auch nur jüdische Patientinnen und Patienten ärztlich helfen durften. Mitte Juli 1938 wurde vom Rat wieder nach Paris versetzt und dort zum Legationsrat ernannt. Er führte in Paris ein reges, gesellschaftliches Leben und nahm auch sein Geheimleben als Homosexueller wieder auf. Obwohl zahllose Versuche unternommen wurden, nachzuweisen, dass sich Herschel Grünspann und Ernst vom Rat gekannt hätten, ist davon auszugehen, dass sich die beiden nie zuvor persönlich getroffen haben. Seine Motive schildert Herschel den französischen Behörden. Es war der andauernde Gedanke an das Leiden meines Volkes, der mich stark beschäftigte. Seit 28 Jahren lebten meine Eltern in Hannover. Sie hatten ein kleines Geschäft aufgebaut, das über Nacht zerstört wurde. Sie wurden aller Habe beraubt und ausgewiesen. Es ist trotz allem kein Verbrechen, jüdisch zu sein. Ich habe das Recht zu leben. Meine Leute haben das Recht zu existieren auf dieser Welt. Und trotzdem werden sie überall gejagt wie die Tiere. Herschel Grünspann Sie hörten Teil 3 einer Reihe anlässlich seines 100. Geburtstages. Betrifft Geschichte Diese Woche aus Anlass des 100. Geburtstages. Herschel Grünspann Ein Attentat und wie es die Nationalsozialisten zu instrumentalisieren wussten. Heute das Attentat und die Folgen. Berichtet von Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher. 7.11.1938 In Paris verließ ein junger Deutscher, der sich Heinrich Halter nannte, gegen 8.30 Uhr ein billiges Hotel am Boulevard Strasbourg. Auf dem Weg kaufte er in einem Geschäft für Haushaltswaren, das auch Waffen im Angebot hatte, einen billigen Revolver. Er hatte noch nie in seinem Leben geschossen. Er fuhr mit der Metro zur Deutschen Botschaft, kehrte aber vorher noch kurz bei dem in der Nähe gelegenen homosexuellen Lokal Tuvabien ein, wo er sich kurz auf der Toilette einschloss, um den Revolver zu laden. Als er die Botschaft betrat, verlangte er einen Botschaftssekretär zu sprechen. Später wurden verschiedene, dem widersprechende Zeugenaussagen gemacht, die meinten, Herschel Grünspann hatte namentlich nach Ernst vom Rat gefragt. Doch gab es dafür sonst keine Beweise. In seiner ersten Vernehmung schilderte der Attentäter sein Vorgehen, er hätte vom Rat mit einem damals gängigen antideutschen Schimpfwort als Salbosch beschimpft. Sie sind ein Salbosch. Hier ist das Dokument im Namen von 12.000 verfolgten Juden. Dann schoss er fünfmal auf Ernst vom Rat und traf ihn zweimal. Vom Rat schaffte es noch bis zur Tür und konnte Hilfe holen. Botschaftsmitarbeiter hielten daraufhin den Täter fest und verständigten die Polizei. Zwei Tage später starb Ernst vom Rat in einer Pariser Klinik. Dabei waren ihm gute Überlebenschancen bescheinigt worden, stabilisierte sich sein Zustand doch zusehends. Dies kam jedoch den Interessen Berlins in die Quere. Denn das nationalsozialistische Regime sah sofort seine Chance, das Attentat für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. So verschlechterte sich vom Ratszustand nach Eintreffen zweier deutscher Ärzte, unter ihnen Hitlers Leibarzt Karl Brandt, signifikant. Denn in Deutschland waren in der Zwischenzeit große Pläne gefasst worden, die durch eine Genesung vom Rats nicht durchführbar gewesen wären. Propagandaminister Goebbels nutzte das Attentat von Paris zu einem bis dahin beispiellosen Angriff auf die jüdische Bevölkerung Deutschlands. Das Attentat bot den willkommenen Anlass für die völlige Ausschaltung der Juden aus dem Wirtschaftsleben und die Zerschlagung aller jüdischen Organisationen. Die Propagandalüge des angeblich wegen des Attentats entflammten Volkszorns der sogenannten arischen Deutschen gegen die Juden war geboren. Laut ihr war Herschel Grünspanns Attentat nur ein weiterer Angriff des Weltjudentums auf Deutschland gewesen. Ein großes Pogrom wurde geplant. Nach der Mitteilung des Todesernst vom Rats am Abend des 9. November 1938 fand eine Unterredung zwischen Hitler und Goebbels statt, bei der die Richtlinien festgelegt wurden, die an die Gauleitungen sowie alle Staatspolizeileitstellen weitergegeben wurden. Und so brannten in der Nacht des 9. November schon die ersten Synagogen und waren die ersten Auslagen jüdischer Geschäfte bereits eingeschlagen. Marodierende Schläger-Truppen drangen in Wohnungen ein, bedrohten und misshandelten die Bewohnerinnen und Bewohner. Tausende wurden verhaftet, Hunderte gleich ermordet. Auf den Straßen mancher Städte wurden Menschen gejagt, geschlagen und öffentlich gedemütigt. Auch wenn die Attentäter und Schläger des Novemberpogroms kaum in Uniform auftraten, konnte jeder sehen, dass es sich bei den meisten von ihnen um SA und Parteileute handelte. Der Großteil der nicht-jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich schaute wie gewohnt weg. Herschel Grünspahn Sie hörten Teil 4 einer Reihe anlässlich seines 100. Geburtstages. Es berichteten Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher, Leiter vom Queen-Zentrum für queere Geschichte. Betrifft Geschichte Diese Woche aus Anlass des 100. Geburtstages. Herschel Grünspahn. Ein Attentat und wie es die Nationalsozialisten zu instrumentalisieren wussten. Heute ausgeliefert nach Deutschland. Berichtet von Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher. Mit dem Novemberpogrom war Goebbels ein Propagandacoup gelungen, der aber unter der Bevölkerung Deutschlands nicht nur Zustimmung hervorrief, sondern bei manchen auch wegen seiner Gewaltexzesse für Verunsicherung sorgte. Innerhalb der nationalsozialistischen Parteielite wurde die ganze Aktion teilweise heftig kritisiert. Himmler, dessen SS im Vergleich zurückhaltend aufgetreten war, war aufgebracht. Hermann Göring beklagte die gigantische Zerstörung jüdischen Vermögens, die dem deutschen Staat durch gezielte Beraubung zufallen hätte können. Auf einer vierstündigen Konferenz am 12. November 1938 wurde beschlossen, dass die jüdische Bevölkerung Deutschlands eine Milliarde Reichsmarksteuern bezahlen müsste, um für die gigantischen Schäden, die intern übrigens auf ein Fünftel geschätzt wurden, aufzukommen. Die Propaganda lautete, der Jude Herschel Greenspan hätte im Auftrag des Weltjudentums einen deutschen Diplomaten ermordet. Die Deutschen hätten sich im Volkszorn gerecht. Selbstverständlich verlangten sie auch die Auslieferung des Täters, dem die französischen Behörden jedoch nicht nachkamen. Man wollte ihm selbst den Prozess machen, zu dem es aber nach dem Blitzüberfall der deutschen Wehrmacht und der Eroberung Frankreichs im Juli 1940 nicht mehr kam. Herschel Greenspan wurde von den französischen Behörden nach Toulouse gebracht. Nach Verhandlungen übergaben sie ihn allerdings am 18. August 1940 an die Deutschen, obwohl die Auslieferung dem Völkerrecht widersprach. In Berlin plante man währenddessen einen politischen Schauprozess. Nach einigen Monaten im Gestapo-Gefängnis in Berlin wurde er ins Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Nach Goebbels Planung sollte Herschel Greenspan in einer gewaltigen Propagandaaktion rund um seinen Prozess als Soldat des Kampfes des internationalen Judentums gegen Deutschland und als Büttel der jüdischen Weltverschwörung dargestellt werden. Es kam aber immer wieder zu Verschiebungen des Prozesstermins. Und plötzlich änderte auch Herschel Greenspan seine Verteidigungsstrategie. Er sagte nun aus, es hätte sich doch um kein politisches Attentat gehandelt, sondern um eine Beziehungstat. Er wollte Legationsrat vom Rat wegen seiner Homosexualität erpressen und habe ihn, als er sich weigerte, erschossen. Vermutlich wollte er den Prozessbeginn damit aufschieben, was ihm durchaus gelang. Denn nun mussten die Ankläger befürchten, dass der Mörder die Homosexualität des Opfers eines Deutschen im diplomatischen Dienst an die Öffentlichkeit bringen könnte und womöglich auch noch die Homosexualität anderer deutscher Nazis in Paris. Goebbels schäumte und notierte in sein Tagebuch, Greenspan hat das freche Argument gefunden, dass er mit dem erschossenen Legationsrat vom Rat ein homosexuelles Verhältnis gehabt habe. Das ist natürlich eine unverschämte Lüge, immerhin aber ist sie geschickt erdacht. Ja, so geschickt, dass der mit großem Aufwand geplante Prozess auf Befehl Hitlers im Sommer 1942 abgesagt wurde. Am 26. September 1942 wurde Herschel Greenspan ins Zuchthaus Magdeburg verlegt und dort verliert sich seine Spur. Bis heute konnten keine Belege für seinen weiteren Verbleib gefunden werden, weder für seine Ermordung noch dafür, dass er den NS-Terror überlebt hätte und nach seiner Befreiung untergetaucht sei. Herschel Greenspan Sie hörten den fünften und letzten Teil, einer Reihe anlässlich seines 100. Geburtstages. Lüge Herschel mà Untertitelung des ZDF, 2020